Ey, jetzt gibt mein Mikrofritte, Holte, jetzt die Kamera, oder was? Oh man... Soll ich die Stimmung heben? Ja, mach mal. Bin auf Onlyfans, Superstar! Ja jetzt, jetzt haben wir den Stand für den Träumen, Digga! Jetzt hab ich's! Ey, lass das doch einfach für heute so drin. Was ist denn das? Ich kann das doch größer machen. Ehrlich, also ich finde... Ich... Jetzt ist perfekt! Also ehrlich, ich glaub das wird... Also wenn du's einfach so lässt, das fällt gar nicht auf, weil das spiegelt wahrscheinlich deine Stimmung in jeder Situation wieder. Deine Stimmung in jeder Situation. Ich liebe das Song, ich sieht aus wie so ein richtig unschuldiges, dickes Kind. Ich such einfach nur die Kekse gerade. Ich such einfach nur die Kekse. Scheiße. Ich war unbedingt mal ne neue Lampe, Digga, die ist so dunkel, die ist so richtig klein. Und mein Cock, Alter, aber die Shit. Das ist wirklich winzig. Also der ist wirklich klein, die Lampe, ich war unbedingt so Keylights oder so. Wirklich der kleinste aller Cocks. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Das ist schon beachtlich klein, ne? So hab ich gehört. Wie ist denn das Empfinden hier nach... ...ein vier Wochen kein Forz? Oder hast du Forz gespielt? Ich hab einmal zwei Games bei Embo gespielt, als Finn ihn verlassen hat. Mhm. Aber das war's dann auch schon. Und das war auch wirklich nicht gut. Aber das war schon der Punkt im Stream, wo nicht mehr ernst gespielt wurde. Und es wird diese Früchte-Map gespielt und ich konnte einfach nicht. Aber um Pair zu sein, der Punkt kommt ziemlich schnell, dass nicht mehr ernst gespielt wird. Ja. Das ist ne gute Map aber eigentlich, muss ich sagen. Ne gute Map, ey. Ja. Faro zu cute für Facecam, I guess. Ui. Ja, hat er recht. Faro ist schon ein richtiger Schwiegersohn, muss ich schon sagen. Also hätte ich jetzt die Wahl, einen Schwiegersohn zu haben, würde ich einen Faro nehmen, glaube ich. Ne, unironisch ist das. Ja, na klar. Ich mach den richtigen Quatsch, das kann mich keiner aufhalten, das ist so schön. Hä? Ja, mir wird ja so High-Eco gegangen, ne. Wo? Rechts oben. Alter, das ist dein Gegner. Quasi mein Problem auch, meinst du? So. Wobei unten jetzt auch eigentlich relativ viel Eco am Start ist, muss man auch sagen, also fairerweise. Mir macht doch kein Zugeständnis an den Gegner, ey, ist das denn? Also erstmal gestehe ich hier gar nichts. Dann sehen wir mal weiter. Dann oder wann? Gehen richtig cool Eco, Junge. Mit Abbildszentern. Wann denn dann? Boah, Junge. Ja, ja. Es hat mich so erwischt, wenn er ne. Husten, der so gepfiffen hat. Kennst du das? Ah, ne. Wenn's kracht und pfeift. Das kenne ich von meinen, von meinen Basebuilds. Wolfen, nein, Les Ravica, danke. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe auch, dir geht's gut. Aufsache Alessio geht's gut, Digga. Tatsächlich will ich den Finger aber gar nicht so scheiße anmohlen. Das ist, weil du gerade schon CS genutzt hast, um deine Finger warm zu machen. Boah, ich glaub wirklich nicht, dass man das so sagen kann, ey. Doch, doch. Das hatte nix mit dem BigTasty zu tun. Hunderttausend Follower. Bin auf OnlyFans Tag und Nacht. Ey, die graden absolut ab, Digga. Die gehen so hart Eco. Dürfen die doch gar nicht eigentlich. Das denke ich mir auch. Was machen wir da jetzt gegen? Ich glaub, du bist gleich tot. Glaubst du? Ich glaube das, ja. Was veranlasst dich zu diesem Glauben? Ich hab gar keinen Bock irgendwie. Also ich baue jetzt einfach, ne? Und dann gucken wir mal, wie schnell es geht. Mal schauen, was wird, meinst du? Ja. Was glaubst du, wie viele Fans musst du wohl haben auf OnlyFans, damit du dir ein schönes Leben machen kannst? Also ich glaube schon mehr als ein Dutzend. Hängt natürlich auch davon ab, wie viel die Einzelnen dann bezahlen, ne? Das weiß ich leider nicht. Was glaubst du, wie viel so bezahlen? Ah ja, so. Und jetzt? Wie bitte? Im Schnitt so? Na, weiß ich nicht. Ich würd sagen, so ein Zwanni geht da schon für drauf, ne? Ein Zwanni? Naja. Oh, da ist aber ein Stilt ausgegangen, ne? Blinkt denn der Lachs jetzt schon? Was ja gar nicht so vor der Reise. Weißt du, vielleicht nehme ich doch alles zurück. Vor allen Dingen diese Aussage. Der ist absolut wieder. Der war noch nie so frei. Ja doch schon. Hab den schon freier erlebt. Aber auch nicht viel. Das Elving ist auch überall ganz weg. Jetzt fangen die schon damit an oder? Ja. Nein. Ich veräumte. Und ich flote alles weg. Ich kann es einfach nicht lassen. Kann das kein Snap gewesen sein? Oder war das die falsche Cannon? Ich weiß nicht. Hast du eigentlich schon mal was Nervigeres erlebt als Buster? Noch Nerviger? Ja. Viele nicht. Ich habe das nicht gelesen. Das ist ja eine schöne Antwort, das interessiert sich nicht von Meinungen. Ja, das stimmt. Es deckt jetzt halt so viel Shit und ich kann nichts dagegen tun. Oh mein Gott. Er deckt hier Shit. Der Gegner. Wie kann das kein Snipe sein? Und meine Cannon geht jetzt wieder raus, oder was? Es ist, ey. Ach komm, es ist doch egal, Alter. Mach hier nicht den Matt Korski, Junge. Den was? Den Mark Forster? Nein, den auch nicht, Junge. Bitte auch nicht den Mark Forster. Oh mein Gott. Hat der nicht gesagt. Mark Forster? Bin sie doch. Nein, Seleni. Werd doch fertig, mein Junge. Ey, ich weiß noch nicht so ganz, was ich dir sagen soll. Aber... Ne? Ja. Das sieht nicht gut aus, du. Sieht nicht gut aus. Wieso nicht? Weil ich halt nischt mehr hab. Weil er wieder einen dreisten... ...Blo-Snipe gelandet hat. Da musst du natürlich auch passen. Da hat es doch die Krassung getippten, Alter. Und schießt. Vorsichtig sein, wenn das passiert. Nein. Oh mein Gott, ich hab alle Minen verloren. Kann ich nicht mehr merken. Oh mein Gott, ich hab alle Minen verloren. Kann ich nicht mehr merken. Oh mein Gott, ich hab alle Minen verloren. Ich bin auf Onlyfans. Ich bin auf Tag und Nacht. Boah, das hätte mich aber jetzt geärgert an seiner Stelle. Ah, shit. Oh, noch eins! Nee. Oh Gott. Oh, das gibt auch noch mal ganz glücklich ein. Pau, wir müssen mehr kommunizieren, glaube ich. Was sind deine Sorgen? Meine Sorgen sind, dass ich... Also ich habe so roundabout jetzt, ne? Grob geschätzt, so ein Prozent-Kernheft. Mhm. Und... Das ist erstmal nicht optimal. Ich überlebe hier eigentlich gerade nur gegen eine Übermacht und kann auch nichts mehr adden, weil er mir das sofort rausnimmt. Okay. Das ist grad so eine Situation, in der ich mich befinde. Ich weiß nicht, wie ich gerade noch ein bisschen Damage tanken konnte, um ehrlich zu sein. Alter, das gibt's doch nicht. Ich sag mal so von der Gesamtheit, ne? Mhm. Es ist jetzt nichts, was jemand noch deutlich länger mitmachen würde, so theoretisch. Oh Gott. Nein. Das ist... Das war ne... Ich sag mal... Oh, Junge! Ey, unser 1, Fabo. Du machst das also... Das ist da wirklich allgemein, Daniel. Also das Grundgerüst steht schon noch. Jetzt kommen da halt jetzt auch noch Nukes. So. Das könnte das Ganze noch ein bisschen verkomplizieren. Sag ich jetzt mal. Ähm... Na guck, es sind sogar nur Swarms. Also eigentlich kann da ja gar nichts. So. Okay, ich bin down. Das ist jetzt echt ein Problem, glaub ich. Der hat einen sehr komischen Winkel auf mich. Ja, dann musst du vielleicht versuchen, gegen anzukommen. Indem du, äh... Jetzt auch vielleicht nicht mehr groß ankämpfst. Das hört sich nach dem Plan an, ne? Ja. Holy fans. Tag und Nacht. Hunderttausend Follower. Holy fans. Tag und Nacht. Weißt du, was dich glücklich macht? Aber guck mal. So schlecht geht's mir gar nicht. Ich hab hier mein alkoholfreies Bier. Ja, da wird's mir mal ganz schlecht gehen, du. Ja. Ja, das schmeckt super. Guck mal, ich... Da... Da kann mir gar nichts passieren. Ich brauch's halt alles gerne. Komm straight aus dem Kühlschrank. Ist richtig gut. Ah. Naja, es hat nicht gereicht. Da brennt fast bei dir. Unser einzüglich. Er hätte zweimal, dreimal sterben müssen. Das darf nicht wahr sein. Entschuldigung. Da wird's nicht gereicht. Nein.